Wo bist du überhaupt? Ja, ich habe mein Zuhause mit so einem weißen Vieck. Mit so einer weißen Raute markiert. In 650 Metern bin ich bei euch. Wo bist du? 650 Meter entfernt. Danke. Schwupp, Schwimm, 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 Schwupp, Schwupp. Fertig. Fertig, komm, mach, fertig. Fertig. Ich will auch so eine Baumform. Dann bau dir eine. Ich weiß nicht. Denkt ihr was aus? Oh nein. Hat nicht funktioniert. Ich bin noch zu faul. Alloc ist zu faul. Ist er immer. Jetzt sind wir schon wieder da. Ah, schau mal. Laufen wir mal ein bisschen in die Richtung. Mal schauen, vielleicht finden wir was Schönes hier nochmal. Dün, 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 d-d. Dup. Dup. nicht jetzt bin ich reingefahren k die Schippen so meine Freunde meine Baumplantage ist fertig das hat jetzt gepasst und im Hintergrund in meiner Musik sagt irgendjemand die Ehrer Baby auch nicht die St und jetzt auch noch Runde. Oh nö, ich hab kein Laub mehr. Ehre. Hier steht schon wieder Ellie in dem Baum, wo du grad drin warst. Der steht immer noch, ne? Meine Anzünden hier. Oh nö. Feuerzeug und fertig. Nein, würde ich nicht ausprobieren. Sonst passiert wieder das wie letztens. Arnits Haus brennt. Hahaha. Hast du es jetzt eigentlich geschafft? Was? Dass ein Haus nicht brennt. Also, es hat bis jetzt noch nicht gebrannt. Doch, einmal. Der letzte Folge ist es fast abgefackelt. Hahaha. Deut, ich hab ne Höhle, die fährt direkt unter unseren Dorf vorbei. Der letzte Malke. Unter unseren Dorf lief. Yeah. Ja, ich sehe das auf der Race Minimaps so, dass ich kurz vorm Dorf bin. Also, bei mir wird der Himmel nicht, äh... Du musst immer... Hier heißer blau. Also, ich hab's mit Modloader. Modloader, Forge und Sachen hab ich neiklatscht. derzeit geht es perfekt mit optifine geht es nicht das ist nicht noch die test variante von optifine aktuell es gibt noch keine fertige variante für das 1.5 von haus 1.5. es ist 1.5 gibt schon eine variante aber nicht für 1.5.1 das erklärt alles sehr erst an die wenn er es er hat bis jetzt er will jetzt nicht nur der Weg er war ich und er kann es sein die Kirche wieder so lang auf ein was eben aber von 14 Minuten auf was geht auch wo er wusste ich dabei nicht ist doch wurscht trotzdem scheiße gelabert nach wie vor von haben auch mal schön im teamspeak Mocke abspielt Hallo bei Tschüssi wie geht's dir gut cool ey vielleicht ist es von diesem Portal warum gut Prozent sechs Jahre da da hat er daran habe ich auch gerade gedacht Gondolf 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 das macht den Gondolf geil Gondolf wo ist mein weiter Punkt aus wo wer zum Wiederholzen in meinen Prozent er hier Erde schon wieder Höhle immer eine Bude getan ha mini Höhle ja Nelly ich weiß ganz genau dass du das warst das war doch nicht unser Haus ich möchte nicht gestört werden danke schön was machst du grad doch du bist gut leg die Karotte wieder hin leg die Karotte wieder hin Gürken gibt es ja nicht ich sehe unser Haus nein Seppich bin ich schwul er hat nur 10.000 Obdrehungen ausgehalten ja er ist schwul hat er grad selbst gedacht nein meine Mutter ist fett so schalten wir mal den Wegepunkt wieder aus ey sagt nichts für seine Mutter ey wird abgeworfen ich finde ja fast du hast es mit den Lampen ein bisschen übertrieben ja ich merke es auch gerade betreiben Schauen wir mal was wir da gebaut haben ey Nelly du bist jetzt seit über 15 Minuten noch nicht geflogen wow neuer Rekord so wir wollen es ja schließlich hier Tag hell haben nachts und die auf der Musikgruppe im MTS abgespielt einfach so oder Stereo Mix oh ne jetzt kommt oh nein was denn? ich weiß jetzt schon was Sepp macht ach ja geh in Deckung vor Alex er hat Schneebälle ich weiß jetzt nicht mehr da kommst du aber früh drauf also ich hab mal ne kleine ich hab ne kleine Erkundungstück gemacht 64 Stack Eisen hab ich davon gekriegt und 1 2 3 4 5 6 6 Stacks Kohle und einmal 21 und viel Keys ok ok und wie habt ihr vorhin die Musik abgespielt was ihr halt gesagt habt ein Plugin oder einfach so einfach so hab ich auch gemacht nur die Sound ist einfach scheiße du hast das nur nicht drauf du hast das nur nicht drauf ja ich hab einfach über Steam über Steam ähm Spotify einfach ähm Outputs in den Mikrofon Inputs und dann laufen lassen Spotify ja Spotify ja Spotify ich hab's ganz normal über Stream und startet Musik über Windows Media Player und dann in TeamSpeak jaugt da lag's vielleicht ganz einfach Spotify der Spotify hat der gerade mal 192 Kabel oder keine Ahnung Beats per Second zumindest ach ja Spotify Spotify ist schwul Spotify hat mal viel kostenlose Musik warum hast du's dann nicht? oder ist der Armstein nicht bei? äh ich hab Spotify ne Spotify ist schwul warum hat's dann der Anit nicht? Alter wo bist du gerade? ach schade du bist in deinem Haus tschüss wisst ihr was ihr gleich mal bei ihr machen müsst? ähm einfach mal bei ihr irgendwo aus der Druckplatte hinsetzen äh dort hat 3 tiefes Loch in der Mitte einmal ähm TTO darüber ein Gravel hab ich noch nicht von er ja das ist unfair er wollte das ist unfair sie geht halt auf ihre Sachen sind nicht weg aber kleides süßes Loch kann ein bisschen im Eingangsbereich machen weil da ehemals Druckplatten liegen nein nein das ist Asi aber lustig ja aber Asi auch lustig ja aber Hallo 15 Minuten hat sich jetzt erledigt Hallo von den 15 Minuten ach Gott guck mal blaue Erde guck mal blaue Erde j j j j Was sind denn deine Baumplantage? Da hinten, hinter meinem Haus. Sehr präzise, da hinten. Ist da schon was gewachsen? Jo. Aber immer bitte wieder neu flanken. Ich pflanze nix. Du reißt nur ab. Ja. Aber auch kein Holz. Lol. Auch zur Hölle war das. Aua. Alter. Da musst du aufpassen. Hey. Ach. Ach zur Hölle. Komm mal bitte jemand runter. Auch eine zweite Testversion. Ach mal bitte jemand drunter kommen. Nee, nee, das reicht schon. Ich komm gleich. Achterwolle. Ja, weil ich laufe hier praktisch gegen eine unsichtbare Wand. Komm nicht. Ja, dann warum. Was? Dann legt es immer noch bei dir. Ja, gerade eben. Ich bin der Aua erst mal zurückgelaufen. Da nicht. Äh, ich hab jetzt nicht erst mal zurückgelaufen. Da hat es mir beständig Schaden gemacht. Praktisch weiter geradeaus gelaufen. Also klack, klack, klack. Immer mehr Leben war weg. Bist du irgendwo noch mal hin? Und damit bin ich irgendeine unsichtbare Mauer gelaufen. Warum lachst du? Weil ich das lustig finde. Ist es nicht lustig. Doch, es ist lustig. Alex, soll ich dir auch meine Baumplantage basteln? Nö, ich mach schon selber. Ich räume mal das Lagerwänger ein. Yeah. e aber nicht zu schreien weil da wagen hallo hallo trockenbecher jedes zweite wort von alex penis es klappt alex tut sich nebenbei das video von von dir gestern abend einziehen erhält das ist all das ich umgelegt habe das mit dem link oder ja er hat auch noch einmal unter einem von den videos gepostet ich glaube das war das minecraft video wo ich dabei war ja das kann gut sein da ist ein link drunter gepostet ich hoffe es ich hoffe kurz nach ob der schon als der markiert wurde ja wo der ja auch schade und gehen denn in der an mir nicht auch gesagt also kies und klinster und sehen bei diesen peck der peck ziemlich ähnlich aus.